Dieses zum Kauf angebotene Zwei-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Berlin-Kaulsdorf. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 620 m² bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 67 m². Das Objekt hat einen Kaufpreis von 199.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017